Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Schon mal gehört? Klingt irgendwie philosophisch, oder? Ist es auch. Dieses Zitat stammt von Seneca, einem der bekanntesten philosophischen Autoren der römischen Antike. In diesem Video erfährst du die wichtigsten Stationen in Senecas Leben. Seneca wurde knapp vor der Zeitenwende, vermutlich 4 vor Christus, in Corduba in Spanien geboren. Das Jahr ist nicht genau zu bestimmen. Er war noch ein Kind, als er nach Rom kam. Dort wurde er rhetorisch und philosophisch von richtig guten und angesehenen Lehrern ausgebildet. Mit einer weiteren Ausbildung zum Anwalt hatte Seneca die besten Voraussetzungen, die Ämterlaufbahn einzuschlagen. Weil er seit seiner Kindheit sehr krank war, er hatte vermutlich unter anderem Asthma, begann seine politische Karriere allerdings erst ganz schön spät. Schon früh zogen philosophische Themen Seneca magisch an. Seneca reiste dann erstmal nach Ägypten, vermutlich um sich wegen seines kränklichen Zustands zu erholen. 31 nach Christus ging er dann wieder nach Rom zurück. Etwa 34, 35 nach Christus war er Quästor. 38, 39 nach Christus wahrscheinlich Volkstribun. Im Jahr 41 nach Christus, kurz nachdem Kaiser Claudius an die Macht kam, wurde Seneca auf die Insel Korsika verbannt. Was war passiert? Er war zur Zielscheibe einer fiesen Intrige am Hof des Kaisers geworden. Veranlasst hat die Verbannung wohl Claudius' Frau Messalina. In sozialer Isolation musste er nun von 41 bis 49 nach Christus seine Zeit verbringen. Ein echt hartes Schicksal für Seneca, der sich gerne in der Öffentlichkeit aufhielt. Dort entstanden die Trostschrift an Helvia, Trostschrift an Polybius, sowie sein Werk Deira. Erst 49 kehrte Seneca nach Rom zurück. Vermutlich endete das Exil, weil die neue Kaiserin, Claudius' neue Ehefrau Agrippina, Seneca als Hauslehrer für ihren Sohn Nero haben wollte. Durch seine Rolle als Neros Erzieher hatte Seneca enormen Einfluss auf Nero und dadurch auch viel Macht. 50 nach Christus wurde Seneca schließlich zum Prätor ernannt. In dieser Zeit, wahrscheinlich um 49 nach Christus, entstand Senecas Werk De Brevitate Vitae. Darin rät er, jeden Moment des eh schon so kurzen Lebens zu genießen. Circa 53, 54 nach Christus verfasste Seneca sein philosophisches Werk De Tranquillitate Animi, in dem er dazu anleitet, einen ruhigen und ausgeglichenen Zustand zu erlangen. Ende 54 nach Christus starb Kaiser Claudius, vermutlich durch Gift im Essen, und Nero wurde als 17-Jähriger auf den Thron gehoben. Nach einigen erfolgreichen Jahren schwand Senecas Einfluss auf Nero mehr und mehr. So konnte Seneca nicht verhindern, dass Nero seine Mutter Agrippina umbringen ließ. Circa 59, 60 nach Christus verfasste Seneca sein Werk De Beneficiis, in dem es um die richtige Einstellung beim Geben und Empfangen von Geschenken geht. In diesem Werk geht Seneca Nero ganz schön kritisch an. Ab circa 62 nach Christus entstanden Senecas Epistule Morales Ad Lucilium. Dabei handelt es sich um 124 literarische Briefe an den deutlich jüngeren Lucilius. Thema der Briefe ist das richtige Verhalten in unterschiedlichen Lebenssituationen. Seneca stellt sich selbst nicht als bereits vollendeten Weisen, sondern als Suchenden dar. Ein charakteristisches Merkmal ist der deutlich erkennbare Lehrcharakter der Briefe. 65 nach Christus beschuldigte Nero Seneca an der sogenannten pisonischen Verschwörung beteiligt gewesen zu sein. Seneca wurde daraufhin zum Selbstmord gezwungen. 65 nach Christus brachte er sich nach dem Vorbild des Sokrates vor seinen Freunden um. 47 nach Christus brachte er sich eine große Kiste an der sogenannten Pisonischen Verschwörung. 65 nach Christus brachte er sich mit oft an кому- und lowsntert sein. 30 nach Christus brachte er sich mit einem Selbstmord des Sokrates vor seinen Freunden um. Vielen Dank.